Es geht wieder los. Jetzt wäre es aber noch das Beste. Die Aussicht. Ich bin heute auf der Ruine Zabelstein und die Burg wurde damals 1289 zum ersten Mal erwähnt. Und wir schauen uns heute an, was davon übrig geblieben ist. Viel Spaß! Jetzt sind die Dremото. Wir sehen uns heute wieder. Ich habe in der nächsten Verteidigung einen Tag, poop und schon wieder! Wenn wir uns gut zu wissen, wie ich noch mit ihm geschlebt bin, dann noch in der ganzen Verteidigung entdeckt. Man wird in der Verteidigung und Stato vorgegeben, einen Tag verdäuchte Zabel zuhören. Untertitelung. BR 2018 Wie man wahrscheinlich schon bemerkt hat, dreht sich alles um den Turm hier oben. Egal welche Einstellung man versucht, es ist irgendwie immer der Turm mit drauf. Ich hoffe, es wird noch ein paar Einstellungen geben, wo der Turm nicht mit drauf ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, wie es ist, ist es. Das war es heute von der Burg Zabelstein. Es ist echt richtig cool hier. Es gibt mega Aussichtspunkte, besonders auf dem Turm. Das lohnt sich richtig. Man hat den absoluten Weitblick. Also kommt hierher. Habt Spaß. Auch das kleine Dorf, das hier dazugehört, ist absolut. Es gibt hier kleine schnuppelige Kaffees und kleine Läden. Kann man einkaufen. Also kommt her. Zabelstein, der nächste Ausflugsplatz für euch. Viel Spaß. Ciao.